Da brauche ich erstmal Stufen für. So. Und... Ich muss mal kurz nachschauen. Ah, okay, da brauche ich dann Drohnen hier. Und dann dazwischen die hier. So. Und dann muss ich Stöcke drumrum machen. So. Ich habe jetzt schon mal vier Upgrades. Und dafür brauche ich dann ein paar Diamanten, um die Größe zu vergrößen. Oder ich mache erstmal die, wo anzeigen, wie viel drin ist. Das ist, glaube ich, besser. Gut, dafür brauche ich Redstone Comparator, oder wie die Teile heißen. Ähm. Jetzt muss ich mal suchen. Ich weiß nicht, ob das das... Doch, das müsste das Richtige sein. Ja, okay, da brauche ich Netherquards noch dafür. Habe ich noch Netherquards? Nein, habe ich natürlich keinen mehr. Okay, dann werde ich erstmal... Ähm. Ja. Das doch sortieren. So. So. Also, das ist Fichte. Dann Akazie. Schwarzeiche. Und jetzt diese... Ähm. den Bretter. Dann Schwarzeiche. Und hier unten Birke. So. Gut, dann muss ich jetzt noch wohl oder übel in Nether gehen und etwas Netherquards holen. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen. So. Aber ich gebe jetzt lieber den Cheat ein, weil ich weiß nicht, ob der Bug das dann wieder zum Abstürzen bringt. Ähm. Time set day. So. Und jetzt ist wieder Tag. So. Ich habe gerade die Render ziemlich niedrig, weil sie die ganze Zeit am Ruckeln ist. Und jetzt geht's ab in die Hölle. Oh. �hm. Ich gehe jetzt hier mit einem Glück. Damit habe ich jetzt die moisturizer, aber dann noch alles wieder klicken AG 080 said. okay, für schon. the rest you call. Glick was. Also. Ähm. Dann geht es hier noch mit einer Put in den Löwen. Genau, deswegen habe ich jetzt was hier kr That was vorges起 that. Aaaaah. arias. okay, da sind die Öse isch. Na, vielleicht wäre es doch keine ganz so gute Idee. Hm, ah doch, hier ist Quarz. Schön mitnehmen, haben wir immer gebraucht. Ähm, wie viel habe ich jetzt? 50 Stück. Ja, das reicht auf jeden Fall. Oder zumindest denke ich, dass es reichen wird. Kann aber auch sein, dass ich mich wieder verschätzt habe. So. Jetzt schnell zurück nach Hause. Oder? Hm, soll ich noch... Ach, ich gehe doch noch ein bisschen gucken, vielleicht finde ich noch irgendwo was. So. Ja, da oben ist ja schon. So. Gut. Jetzt habe ich übern Stack, das wird aber wirklich dann reichen. Ich brauche das ja nicht für richtige Blöcke, sondern nur diese Einzelteile. So. Und zurück nach Hause. Die Landschaft wird heruntergeladen. Gut. Dann Clean Stone habe ich, glaube ich, auch noch unten. Und Redstone Fackeln kann ich, glaube ich, machen. Oder habe ich schon welche? Oder habe ich schon welche? Ne, aber ich kann machen. Gut. Dann Clean Stone habe ich noch. Gut. Ähm. Ja, jetzt habe ich das Holz rausgenommen. Habe ich jetzt welches genommen? Ja, eins. Okay, so nimmt man Stack. Also mit Ducken. Okay. Dann Redstone. So. Und, ähm, den Quarz dazwischen. Und, und einen Stein. Ja. Dann mache ich nochmal, ähm, die verteile ich dann besser. Mist. Das kriege ich gerade nicht hin. So. Und hier oben noch drauf. Da habe ich schon mal vier Stück. Und brauchen dafür, ähm, zwei Stück pro Teil. Okay. Das heißt, hier oben hin kommen die. Und ich muss gerade mal das Blatt nehmen. Ähm. Dann kommen Stöcke. Ah, ich habe keine Stöcke mehr. Muss ich erst machen. Ich mache nochmal ein paar mehr. So. Also, die kommen hier oben hin. So. Dann Stöcke. Und dann Redstone unten. Und die Teile hier. Gut. Jetzt kann ich mir schon mal bei zwei von diesen Drawers anzeigen lassen. sehen. Wie viel drin ist also hier an den Balken. Ja. Okay. Ich brauche auf jeden Fall mehr Redstone Fackeln jetzt, um noch mehr zu machen. so. So. Dann hier hin. Manchmal kriege ich es einfach nicht hin. So. Jetzt erst mal fünf Stück. Und, ähm, drunter kommt wieder Stein. So. Gut. Das wird zwar niemals reichen. Gerade mal für vier Stück wieder. Aber, naja. Ich habe eh nicht genug von denen gerade gemacht. Ähm. Kann ich nochmal welche machen? So. So. Ja. Das... Manchmal kriege ich es irgendwie nicht hin. So. Dann unten... Ne. Unten kommt Redstone in die beiden Ecken nur. So. Und dann... Ja. Toll. Ich glaube, ich mache den Crafting Table mal zu so einer Crafting Table. So. 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 Und jetzt kann ich nur noch Stöcke machen. So. Die kommen hier außen rum. Und jetzt habe ich wieder vier davon. Gut. Dann kommt jetzt hier noch eins rein. Und hier hin. Und das Gute ist, da wird dann halt auch, ähm, direkt angezeigt. Also wie viel man hat. Also hier waren es 274. Dann hier kommt noch eins rein. Und hier. So. Ähm. Ich mache mir mal noch mehr Crafting Table am besten. So. Gehe ich auch gleich zu Stations. So. Das ist dann besser zu machen. Dann brauche ich wieder Stöcke. Ich mache jetzt einfach mal alles zu Stöcken. und Redstone. Davon habe ich ja genug. So. 44, ähm, Fackeln. Wenn ich jetzt mal mit dem so zu tun. In der ersten Blick die Karte hinneue. Dann machen wir gerne noch ganz gerne eine Ablein. In der ersten Blick. Vielen Dank.